Also ich brauche auf jeden Fall einen Schuss gegen das riesen Aufloch. Also das bin ich und wir sind hier gerade in einem Hotelzimmer. Und Florian, der Wichser, die hat mich rausgesperrt, da auf dem Balkon bei minus 10 Grad. Da raus, mit dem Ausblick. Und jetzt gerade eben hat er schon Vorgeschmack bekommen und jetzt habe ich mich protektiert. Kann man so lange aufnehmen wie man will. Jetzt gehen wir ins Bad. Jetzt schlagen, schlagen, schlagen. So du Schlampe. Jetzt gibt's, jetzt gibt's. Ich bin total verdammt. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. ins Gesicht. Ist alles so scheiße. Schau was er drin hat. Ja, ist doch gar nichts, geht doch. Das war der Seine da. Gib ihm Flo, komm. Du warst schon früher, gell? Flori? Du weißt schon wofür. Wofür? Dafür. Das hat Lukas gesagt. Das hab ich gar nicht gesagt. Lukas hat gesagt, komm schliess ihn raus, schliess ihn raus. Lass ihn nicht rein, hat er gesagt. Du warst schon, ich weiß nicht. Oh komm, der Hund. Was? Warte. Schau. Zeig mal, zeig mal, zeig mal. Zeig mal. Du musst schräg halten. Was denn überhaupt? Ja, jetzt mach Schluss. Ist langweilig. Grüß Gott. Habt ihr die Coke? Oh, geile Coke. Oh, geile Coke. Oh, geile Coke. Schatzi. Komm, jetzt mach mal einfach ein geiles Bildchen raus. Nein. Schau mal die Fresse. Das ist nicht auch scheiße. Gib ihm, komm, 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 komm. Gib ihm mal meinen eigenen Schuh. Nein. Du kannst ihn mal kennen. Du musst dich reich halten. Jetzt mach mal. Schau dir den Bock aus. Dann die Video.